Michael Krusche, geboren 1957, spielt Geige, Gitarre, singt und komponiert und textet. Der gelernte Kfz-Mechaniker war der einzige, der mit seinen kräftigen Händen die schwer spielbare Gild-Gitarre bändigen konnte, die er von seinem Lehrmeister Jimmy Cogan bekam. Dank seiner lebenserfahrenen Stimmbänder die ideale Kombination für einen exzellenten Bluesmusiker. Mit 30 Jahren beschloss er Geige zu lernen und tat es auch, autodidaktisch. Er spielt aus dem Bauch heraus und entwickelte so seinen eigenen unnachahmlichen Stil, forscht heute ständig in und außerhalb von musikantenfreundlichen Gaststätten nach Tanzeln und Gstanzeln. Seine Bassstimme ist das Fundament des Chores. Dank seiner vorzüglichen Ohrwascheln und der Liebe zu Reglern, Knöpferln und Lamperln ist er auch der Tontechniker der Band, hat sämtliche CDs aufgenommen und durchgemischt. Die Narren klingen deshalb auf den zahlreichen Produktionen genauso, wie sie klingen. Michael Krusche ist Gründer zahlreicher musikalischer Projekte. Literatur, Blues und Rock'n'Roll mit Martin Krusche. Wooden Tools mit Willi Ganster. Square Dune mit Andreas Safer, Martin Moro und Hubert Dohr. Zwar Not More mit Andreas Safer. Gach mit Horst Pessel und Bertel Pfundner. Kraut und Ruem mit Daniel Fuchsberger und Joe Harpf. Aktuelles Soloprogramm Michael Krusche, Trio mit Reinhard Ziegerhofer Bass und Ernst Grieshofer Schlagzeug. Offenes Duo-Projekt mit Hermann Hertel Junior. Weitere Projekte sind in Planung. Verwärts 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 Verwärts